Tachau! Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar geht es um die Vlogs. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, wer den Kanal ein wenig verfolgt, dass schon lange, lange kein Vlog mehr gekommen ist. Das lag daran, dass ich langer Zeit jetzt keine Zeit hatte oder auch ab und zu keine Lust, gebe ich ganz offen zu. Zwischendurch war ja auch noch ein Umzug dazwischen und so weiter. Und das ist alles ein bisschen zusammengekommen. Und der andere Grund ist, dass ich ja, ich glaube, bei Vlog Nummer 29 schon angekündigt habe, dass eigentlich im Vlog Nummer 30 dann ich einen Gast dabei habe. Das ist halt hier mein Kumpel, mit dem ich das Videospiel-Tagebuch mache. Das hat sich aber in der langen Zeit jetzt auch nicht ergeben, weswegen es auch ein Podcast Nummer 30, äh Podcast, ein Vlog Nummer 30 gibt ohne ihn, so als Zwischending. Jetzt wollen wir diesen Vlog, wo er dabei ist, aber endlich in Angriff nehmen und werden den auch, wenn ihr das hier seht, an dem kommenden Samstag aufnehmen. Ich weiß noch nicht, wann er veröffentlicht wird, aber dann, wenn alles klappt, werden wir ihn da aufnehmen. Und damit wir genügend Fragen haben oder Themen, über die wir sprechen sollen, brauchen wir mal wieder eure Fragen. Das habe ich schon im letzten Vlog, glaube ich, gestellt, die Frage, ob ihr mir wieder Fragen schicken könnt. Da kamen aber noch nicht so ganz, ganz viele. Ein paar habe ich schon zusammen, aber es wäre schön, wenn noch ein paar mehr kommen. Deswegen bitte ich euch hier nochmal, uns Fragen zu schicken über alles Mögliche. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Ob wir es dann beantworten, ist eine andere Frage. Und ja, das wäre eigentlich ganz nett für euch. Das ist eigentlich nur der einzige kleine Aufruf jetzt, der Hilferuf, quasi, und euch wissen zu lassen, dass bald mal wieder ein Vlog kommt. Ja, das war's eigentlich schon. Also wir hoffen auf eure Fragen, damit wir auch genügend Themen haben, mit denen wir quatschen können. Und ja, ansonsten finden wir auch noch was anderes. Ich habe ihm auch gesagt, er solle einen Film mitbringen, den er vorstellen will, damit wir mal wieder ein paar Filmtipps machen können, was ich auch so ein bisschen habe schleifen lassen in den Vlogs. Ja, das war's eigentlich schon. Dann bedanke ich mich schon mal im Voraus. Und falls ihr Fragen habt, am besten direkt hier unter das Video kommentieren. Dann entgeht mir auch keine dieser Fragen. Und ja, ansonsten bis dann und freu euch mal auf den nächsten Vlog, wenn dann endlich mal wieder einer kommt. Bis dann.